ja hei willkommen mein name ist dann die röpe und ich würde es euch zu let's play tells auf der serie wir waren mitten im kampf nach unserer kleinen angeltur wo sich welt und lafzeit gestritten haben und wo eisen einen abgegangen ist nachdem wir so ein krug aus dem wasser gefischt haben und jetzt kämpfen gegen pandoras topf und ja guck mal wie sie weitergeht und hinterlässt hinterlässt du war ja du hinterlässt was die waren lc3 oder pärlinger acht treffer wenn ich angreifen dann geht es natürlich nicht okay pass auf dass die dinge sind nicht kaputt macht und ist natürlich nicht anfällig gegen irgendwas so im grund bist du nicht widerstandsfähig gegen wasser sehr merkwürdig mystiker hatte vielleicht nicht die ganze zeit meine seelenbrecher auszauern ich gibt die zweiten mystiker das sagt von wir schaffen war ja noch das ist seit wann geht nicht so schwer die kamera ein bisschen drehen geht aber nicht out wir haben eine mühste gar einsetzen aber wir hat ja keine zweite nein ich habe ja noch da welche platziert da sehr gut also ich wollte gerade meinen sehen wir schon mit klassen einbinden er bringt es gegen erde anfällig also kommt er nicht ganz kaputt wenn es geht aber sehr gut nennen wir die rolle nein nix da nein ich mach dir noch mal fertig leute an der lanze glänzende deutsche wird atzeritis wanderspitz manchmal schon für das aufhören von becken auf sechs ok sehr gut da kann man jemand das den topf jetzt entsorgen ist mal ein land dem an der war kohle kreide akirame jatschern so das Das ist ein, He? He.. zu.. Du bist der Lieblingszicht? Ich habe das nicht mehr gesehen. Aber ich bin und ich bin ja, ich bin nicht mehr von Ihnen. Du bist, du bist. Werbett.. Ich bin.. Das ist ein Lieblingszicht. Es ist eine Auswahl der Lieblingszicht. akkira melena ja mit dem Hier ist ein Ort der Kurohane. Ich habe das Kurohane gesagt, dass die Kurohane hier einfluss. Ich habe das Kurohane gesagt, dass die Kurohane hier einfluss. Ich bin ein Foto, Aizen, Life Zett. Es war sehr, aber es war nicht so, dass es nicht so gut. Ich war auch sehr, dass ich hier ein Foto gemacht habe. Ich war auch. Es war auch sehr interessant. kaputt dann bitte nur irgendwo anders sind und hat da gar ein bisschen zu leben ja ich will jetzt ein bisschen ungünstig wegen dem aufnehmen und so ich dachte man allgemein was in dem spiel dagegen hätte aber hier jetzt hier noch von aufnahme halt expeditions alter wasserkooker halten uri halko streberbrille hörner schnurrbart neue rezepte halten neues kochlevel erreicht ich habe ja mal das ist die letzte aufnahme heute deswegen werde ich mal irgendwo ein anderes hinschicken so hier fehlt mir eigentlich nur noch das sind ja immer so sachen so piraten flaggen also hat da kann ich ja ruhig hier auch hin und schicken dann wenn uns irgendwie was wichtig ist dann auch fehlt ja Eleno 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 Engre Eleno 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 kann ich das annehmen kann ich nicht aus dem hut zaubern dann er sich das kaninchen mit Ich kann es nicht so gut. Aber Sie können auch eine Art von Orihalcon machen? Okay, bitte. Komm her an. Ich kann es nicht sagen. Aber wie geht es Gowma? Das ist auch so. Der Mann ist der größte Kino. Ich kann es nicht schlafen. Ich kann es dir. der der kurs block man muss eisen reisenbahn jungs oder Ich denke, ich denke, dass ich mich in der Mitte von Middgan-Durion bin. Ich denke, dass es Middgan-Durion ist, oder? Ich denke, es gibt einen Autos, aber... ...Glifon hat sich nicht verloren. Wie ist es? Ich verstehe, ich verstehe. Ich verstehe, aber... ...Aizen gibt es nicht. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Oh, ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich habe mich überraschend, und ich habe mich überraschend, und ich habe mich überraschend, um zu sagen. Ich habe mich nicht mehr als auch an, aber ich habe mich überraschend, so ich habe mich überraschend, also zu dir, um zu sagen. Rokuro, was ich an einem Menschen? Aber ich werde mich nicht verletzen. Was der Name der Bewerber? Der Prinz. Ich muss nicht, wie glaube ich, das ganze Ding ja durchlaufen, ich kann mir vorstellen. Es ist einfach durchgedüst. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht. Ich habe das Gefühl, das ist wirklich. Ich bin ja. dann etwa der trieb wir einfach durchs bild gedießt jetzt gibt es auf die fresse ein spitz nach firma genau ja 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 Das war's für mich. Ich habe auch nicht so, wie es sein, dass ich mich nicht wie ein anderes Zeichen habe. Als ich mich nicht mehr als Mensch kam, muss ich nicht mehr als Mensch sein. Das ist der erste Mensch, der ich mich nicht mehr als Mensch hatte. Er ist ein Mensch, als wenn ich mich als Mensch bin. Und was habe ich gesagt, dass ich mich nicht mehr als Mensch bin? Ich bin der erste Mal von der Tour, ich bin der Einzelnein. Ich bin der Glück, dass du mir das so wohl sein. Ich habe mich nicht so gedacht, dass du nicht so schön ist. Das ist halt der Herz aus, wenn du in deinem Ziesstück bist. Derudition war ironisch nicht so warm. Denkst du nur die Liebe, in deinem Ziesstück zu gewidmet. Du bist nicht ein Gebel für dich? Ich versuche das mit dem Ziesstück zu gewidmet. Dann, Magi? Magi gibt es sehr zu gewidmet, wenn du zu beidmet. Na, Na, Rue... ...Vegetables und alle zusammengekommen. Dann... ...Ka, Kiku! Na, na, na... ...Ali-Kana-Sika-de-i-e-e-e-ba... ...Ten-no-Koh-ho-no-U-ti-1011-ban-kuh-i-i-wa-ari-ja-ga... ...Ai-Shao-nan-ja-kara! 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 Dann... ...Aai... Na-ne-cha? ...Ty.. ...Flist. ... Oregon-nud Can? ...Ty-up-can-sika... ... ich kenne-nud c ti.. ...A You like-n-ach-nud... ...D-C-A-Nya-nan-cc bis an of anticvie ik... ...Me-n-드�otes-nud... ...D-C-T-E-nig lаки-de-w structurung llamas... ...D-C- falando... ...H-Nye-cho... ...Nye-cho... ... liquide-льgind... ...Da-kara,... ...Za-n-yoh-ning... ... In-che-n-e-a-n-t-o... Ah, was damit, Oktopus hinter. Jetzt geht's schon wieder los mit ins Witz. Ein Käfermädchen, das Fische ist, geht ja nicht andersrum, normalerweise. Ich habe mit einem kleinen Knapp und einem kleinen Knapp mit einem kleinen Knapp in der Knappe geöffnet. Hehehe, mein Gesicht ist so einfach. Aber ich will auch noch mal zu essen essen. sie ab 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 die 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 überhaupt nicht zu essen schon ein bisschen komisch für mich die die Ah, für wen war der Brief? naja, das könnte gut werden, ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, ob es irgendwann im Spiel vorkommen wird und jetzt wieder eine kleine Frau vorzuse. Was ich... Ich bin ein Mann, das ist nur ein Mann, als ich eine lustige Frau mit dem Rappen bin, aber ich habe eine schöne Frau mit Aizen. Ich bin ein Mensch, was ich so. Ja, das stimmt. Ich denke, ich bin ein Mädchen von der weißen Kleine. Du hast mich sehr interessiert. Nein, nein! Das ist nicht so! Wie ist das? Nein! Eirenoa! Du bist so schlecht wie ein Mädchen. Wer ist das Leben? Ich habe auch gehört. ich werde dann schlecht wenn ich weiß weil ich weiß wie er ausgehen wird wahrscheinlich meine güte heute ja ich bin sie ich bin ich bin Es ist auch eine große Herausforderung. Was sagen Sie, wenn Sie sagen, ist das Problem auch sehr. Das Problem ist, ich glaube, das ist nicht so wichtig. Die Frage ist, wenn Sie so? Es ist das. Es hat man immer gesagt, wenn man immer die Bolaar-Dos geht, man muss immer die Fähigkeiten sein. Ich glaube, wir haben die Saarland geschleid. Es hat so viel gebraucht. Daher in der Mühe und der Karte wird nicht mehr. Das ist ein Mann, doch. Was ist das? Ich glaube, dass ich nur die Schmerzen nicht rauskomme, was ich nicht rauskomme. Nein, ich habe mich noch nicht so zu wissen. Ich glaube, dass ich mir das mal wieder rauskomme. Ich will mir auch noch mal sehen und ich will auch noch mal sehen. Ja, ich habe es gesehen. Die Klinik hat sich da. JAAAAANNNNNNNN! Hm? Ich finde diese Klinik immer als Aizen-Klinik. Die Klinik ist das? Aber diese Klinik ist die Bewerber. Die Klinik hat die Klinik für einen Schwer zu verhören. Die Bewerber, die die Bewerber der Klinik, die auch der Schwerber der Schwerber, die auch nicht nur die Klinik nicht mehr. Geh den Flammen auf, wahrscheinlich. Der Krasse hat... ... die Krasse verbrannt. Der Krasse hat eine Schmerz, die erzeugen. Dich... Der Krasse hat die Krasse verbrannt. Dann wird es auch so sein. Es gibt auch die Anrufe! Na, jetzt kommt's! Der Krasse wird nicht klappen! Gut. Was das? Noch eine. So, diesmal aber. Komm, Magilo, vorbeigeflogen. ich habe schon gedacht dass es so ausgehen wird genauso oh mein gott dieses geht sie sind aus du hast die verdammte münz ich dachte besser greift ich habe es nicht so ausgehen Ja? Und dann, in der letzten Welt, in meinem Leben, in mir ein großes Wurzummack, wurde eröffnet. Aber das ist ein Schmuck der Geistung, was ich? In der生henehme, als ich einen Schmuck der Geistung, ist, dass die Geistung der Geistung, die Geistung der Geistung, keine Wurzummack, ist das nicht. Das ist ein Herausforderer für mich. und Eisen, wann ist mitgelobt in den letzten Parts? Oh mein Gott, der wird hier wohl so eine Bitsfigur, wenn das so weitergeht Du hast ein Ausrufezeichen, will sie mich auf den Arm nehmen Boah Boah Kann ich irgendwo hin, ich kann nügendwo hin Boah Da wird wieder ein längerer Part, ich will irgendwo landen, wo ich verdammt noch mal auch Irgendwo, oh hi, seid ihr alle hier Cool Ich möchte den ganzen Weg da hinlaufen Hier ist falsch Oh Ja, gut Es gibt auch noch, da sind wahrscheinlich noch viel mehr Skizze noch ein paar aufnehmen ich will aufhören wenn ich irgendwie weiß dass ich irgendwie durch die ganze welt irgendwie reisen kann obwohl ich muss eigentlich nicht trainieren habe ich so das gefühl ich habe noch keine neuen waffen und so ist eigentlich auch verschwendung oder ja solche passen müssen auch mal sein so hat gefühl wer so linear wird in letzter zeit noch mehr es geht es eisen schon wieder so jetzt so 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 Was? Was? Eirenoa様! Es que yo lo me licencio, pero me la llenaron que me quedaron. Thanks. 'do sin caso me dió la plana en ese ratón... Uy, y ha! Este ratón es de la plana de valoración. Grosso agitó. Y eso es... Es una plana de valoración! er wollte ihn nicht enttäuschen und deswegen war noch was geht es kaum noch fünf skates kommen warum jetzt aufhören also war da richtig warum ist man jetzt hin nach mietgang was erst einmal an 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 Was? Haha! Wir waren frecken oder was. Sie sind so wichtig, in dem ich, was er. Ihr könnt immer wieder, außerhalb der Kanker zu retten, um ihn zu retten. Ein Kanker ist eine andere Frau. Das ist für das Kanker. Und... was geht's? Nein, es ist ein ganzes Schmerz. Der Kanker hat einen großen Schmerz. Der Kanker, der sich in Runde befindet, muss man sich nicht genutzt und aufhören. Ja, ich weiß nicht, dass der König der König ist, aber ich habe schon gesehen, dass der Glyphon jetzt ein Elefant-Magro ist. Das ist ein Elefant-Magro. Das ist ein Elefant-Magro. Das ist schon ungefähr ein Goma. Umu, das ist wie ein Zeug aus dem Zorn. Es gibt keine Möglichkeit von Gouma. Es ist ein Zeug von 2,000 Millionen Gold, die in der Van-Eltia-Sora blieb in der Van-Eltia-Sora. 2,000 Millionen Gold? Was ist das denn? Der König und Glyphon haben auch noch viel Geld. Das ist ein Zeug von Van-Eltia-Sora? ok ok wo können wir jetzt hin sag mal ohne mein brief des ersten offiziers sprechen verließe lieber wo können wir über hin okay wir gehen mal zur dingen sind ja da machen wir jetzt auch noch weil warum denn nicht wenn wir schon mal hier sind wir sind so ein schatz gehört wenn man schon schaffende man landet ja einmal davor wenn man ja man ja frägt so wie ich da verstanden habe machen wir noch ganz schnell schon lang genug der part ist auch kein unterschied mehr okay 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 ja sonst gemacht die zweiten mystik hat kann ich vergessen genau wie in anderen tels aufspielen bei den meisten tels aufspielen mein gott ist so langsam schade ich habe ich nicht acht treffer ich kann mal schön sehen weil ich hier hoch bleiben habe ich so gefühl sehr waren diese dinger nicht so schwer wie die uns immer weiß machen wollen also ja das waren sogar verdammt einfach diese blöden dinger ja noch eine müßgabe und noch eine müßgabe und noch eine müßgabe out ja 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 verdammt irgendjemandem zauber noch rechtzeitig gemacht habe ich so gefühl verdammt ja ja oder einfach hier ja oder ja 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 noch mal eigentlich war bei ihm hier ist eine seelenbrecher attacke ja die beste würde ich sagen ich bin anwesend mit dem randallier jetzt noch mal noch mal warte und den den tendenten bei mir seine seinem bisschen sehen welcher tag ist sowieso die schwerste haben ausführen möchte mal jemanden betäuben muss dafür deswegen sollte ich vielleicht mit ihm hat die machte wenn ich mal hier noch so ein bisschen freiheit haben wenn sachen vielleicht vielleicht noch die letzten ringe oder soja lernen ja ausschützungsfähigkeiten sie müsste ich mache noch mal und noch mal leid verlappt hat noch ja er ist jetzt in der schlechten position und sie auch wer wird muss klären noch nicht zu troffen war er müsste gerade die binger sind von einem fahrer doch die sind voll irgendwie big deal ja das ist business daneben ich habe eine müßige nach der anderen raus ja ja da war schon neuerfahrung weltspartner ein neuer gegenstand einigen ausfeld spart man muss sie können auch normal ein einsatz von sehen bei gegen angriffen cool ok jetzt muss ich aber noch hier durch die gegen gehen allein habe ich ja geschickt genau 30 noch ein bisschen so zu einigen orten um zu gucken ob auch da überhaupt machen können hier könnte ich zur not jetzt überhaupt hin mit ganz so dringend dieser turm naja jetzt kann ich dahin gehen ich kann irgendwo überall hingehen entscheidend da ist ein ausgleichen würde ich mich erst mal fern von halten und ich sagen ich kann den part hier wenden und ausgehen vielleicht wieder so ein paar sachen hier lernen wie zum beispiel was auch immer ich hier bekommen aber gerade wird meine ermüdungsfähigkeit da wäre ich vielleicht noch die restlichen sachen die hochleveln die ich noch habe was nicht viele sind das gar nichts hier aber ist das hat nur noch eine sache ja im nächsten bei welcher wahrscheinlich mit allen charakteren ja alles hier gelernt haben hoffentlich dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder von let's play tales of baiseria ich bedanke mich aller herzliches für zerstören fürs zuschauen und sage ja ich habe gefallen hat könnt ihr einen like an aber ein kommentar sonst irgendwas lassen dann sehen wir uns in der nächsten folge tschüss